Die Teilnehmer der Ausbildung Die Teilnehmer der Ausbildung Die Teilnehmer der Ausbildung Das ist die Essenz, die wir aus vier Wochen Yoga-Lehrerausbildung mitnehmen. Und in diesem Sinne möchten wir uns erstmal ganz herzlich bedanken bei den Meistern, in deren Tradition wir leben und jetzt lernen durften und bei unserem Ausbildungsteam voran, dem Ausbildungsleiter Rama. Vielen Dank. Unser tollen Katja, unserer Hatha-Yoga-Professorin. Unserem Kundalini-Experten, Arjuna. Applaus Christian und Ravi möchte ich auch nicht vergessen. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier sind. Ravi, zeig dich. Bravo. Dankeschön, Ravi. Wir haben euch jetzt ein Lied vorbereitet. Wir haben euch ein Lied vorbereitet. Das passt jetzt wunderbar zu dem, was wir vorhin hier schon gehört haben. Und zwar in Bezug auf unseren Love, Peace and Harmony haben wir was vorbereitet. Und das singen wir jetzt vor euch. Widment euch, den Menschen im Saal, den Menschen da draußen, allen Wesen auf dieser Welt. Viel Spaß. Mit der Nummer 561, May the love we share. Erst einmal im Kirtan und dann direkt alle zusammen. May the love we share may spread its wings, fly across the earth, and bring our joy to every soul that is alive. May the love we share may spread its wings, fly across the earth, and bring our joy to every soul. May the love we share may the blessings of the universe shine on everyone, so that we all see God's light, light within. Für die guidelines. S correr. Salaam Aleikum, Aleikum Masalaam. Salaam Aleikum, Aleikum. Salaam Aleikum, Aleikum Masalaam. Salaam Aleikum, Aleikum Masalaam. Salaam Aleikum, Aleikum Masalaam. Salaam Aleikum, Aleikum Masalaam. Salaam Aleikum. Salaam Aleikum. Salaam Aleikum. Salaam Aleikum, Aleikum Masalaam. Salaam Aleikum. Salaam Aleikum. Salaam Aleikum, Aleikum Masalaam. Salaam Aleikum. Salaam Aleikum, Aleikum Masalaam. Salaam Aleikum. Salaam Aleikum.